Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die auf jeden Fall die letzten Tage ADA nachgekauft haben. Wir haben hier einen ordentlichen Pump gesehen, wie ihr sehen könnt. Gesehen, wie ihr sehen könnt, das war wieder perfekt rausgespielt. Ja, jedenfalls 26% Zuwachs bei ADA und auch Ethereum erholt sich wieder so ein bisschen 3,74%. Wir gehen auf jeden Fall gleich einmal auf die Charts ein, machen so eine kleine Preisprognose. Vielleicht auch so ein bisschen kurzfristig, was so in den nächsten Tagen sich ereignen könnte. Und dann haben wir auch noch einen interessanten Artikel am Start und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, wir fangen mal mit dem Artikel an und der lautet Interoperabilität. Ein sehr großes Problem, was viele Krypto-Unternehmen natürlich versuchen zu lösen. Neue Stablecoin-Brücke zwischen Ethereum und Cardano ist live. Über die Lagon Bridge lassen sich Token zwischen Ethereum und Cardano übertragen. Ein weiterer Fortschritt für die Interoperabilität zwischen den Smart-Contract-Plattformen. Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr geile. Bezüglich Interoperabilität sehe ich aber trotzdem einfach Quant vorne, weil Quant ist einfach ein Megaprojekt. Habe ich auch schon einige Videos dazu gemacht. Könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen. Aber wir lesen erstmal weiter. Seit dem Wochenende ist sie live eine neue Bridge zwischen Ethereum und Cardano, über die sich USDC und ERK20 EAG-Token übertragen lassen. Die auf der Cardano-Sidechain Milcomeda entwickelte Token-Brücke lagern, dient als Schnittstelle zwischen den Smart-Contract-Plattformen und soll künftig auch auf andere Netzwerke ausgeweitet werden. Was für Zungenbrecher hier nicht drin stehen. Also wenn das so das erste Krypto-Video ist, was ihr seht, steht wahrscheinlich nur Bahnhof auf dem Kopf. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geile Geschichte hier. Vorab, um die Lager-Bridge nutzen zu können, werden mindestens 4 Milk-Ader-Token benötigt. Dafür müssen Ader-Token über eine Cardano-Wallet an eine EVM-Wallet oder umgekehrt gesendet werden. Um den Swap durchführen zu können, wird ein Milk-Ader als Transaktionsgebühr verlangt. Die restlichen verbleiben in der Wallet. Also falls das einer von euch schon mal gemacht hat oder ausprobiert hat, könnt ihr das mir sehr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie da so die Erfahrungen waren. Ich habe das insofern noch nicht genutzt. Wäre auf jeden Fall mal sehr interessant zu wissen. Schritt Nummer 1, Transaktion von Ethereum zu Milk-O-Media. Im ersten Schritt muss eine Metamask-Wallet verbunden werden. Dafür wird in der ROM-Schaltfläche auf der Bridge-Seite Ethereum ausgewählt und über 2 zu Milk-O-Media konvertiert. Im nächsten Schritt wird der entsprechende Token sowie die Anzahl der zu übertragenen Token ausgewählt. Abschließend wird die Transaktion bestätigt. Der Transfer dauert etwa 45 bis 60 Minuten. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut zu wissen, weil das ist natürlich bei Transaktionen immer so diese Panik. Es geht durch, steht bestätigt und dann passiert einfach nichts. Also es kommt nichts an und dann dauert es eine Stunde und spätestens nach 10 Minuten kriegt man eigentlich schon Panik. Auch verdammt, habe ich die Token jetzt vielleicht doch an Silvana gesandt. Also ja, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig vorab zu wissen, dass man da nicht vorzeitig in Panik verfällt. Schritt 2 von Milk-O-Media nach Cardano. Sobald die Transaktion abgewickelt ist, sollten die Milk-IAG-Token in der Wallet vorhanden sein. Das Spiel beginnt von vorne. Über die From-Schaltfläche wird Milk-O-Media ausgewählt, um sich der Meta-Mask-Wallet anzumelden. Anschließend unter To, Cardano auswählen und auf Connect klicken, um sich mit der Cardano-Wallet anzumelden. Dann den Token auswählen. Milk-IAG. Die Anzahl der Token bestimmen, die übertragen werden sollen. Abschließend wird die Transaktion bestätigt. Nach ungefähr 10 Minuten Wartezeit, in dem Fall geht es ein bisschen schneller, sollten die IAG-Token in der Cardano-Wallet angezeigt werden. Die Token-Übertragung von Cardano zu Ethereum fordert ebenfalls zwei Schritte, die laut Lagern aber künftig automatisiert werden sollen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Nach der Konvertierung von C&T-IAG-Token über eine Cardano-Wallet in Milk-O-Media-Token lassen sich diese auf die Ethereum-Wallet übertragen. Die Lagern-Bridge befindet sich noch im Beta-Stadium und es wird ausdrücklich die Desktop-Version gegenüber der Mobile-Version empfohlen. Für den Zweck ist die Bridge aber bereits voll funktional. Also da bin ich auch absolut ein Freund von Desktop-Version. Ich mache, was Krypto angeht, eigentlich alles über den PC. Ich mag den ganzen Kram einfach nicht übers Handy. Also die einzige App, die ich in dem Fall nutze, ist die Krypto.com-App, aber natürlich dann auch wegen der Debitkarte. Aber ansonsten mache ich wirklich alle Transaktionen, sei das Wallet, sei das Börse, Exchange, DAX, was auch immer, mache ich immer alles über den Rechner. Das ist mir einfach lieber sicherer und ja, ich mag das absolut. Ich habe auch keine Wallet in dem Fall auf meinem Handy irgendwie aktiv gespeichert oder sowas. Weil ich neige natürlich auch sehr gerne dazu, mein Handy zu verlieren. Und auch wenn das natürlich alles irgendwo geschützt ist durch Code, durch VPN und blablabla, allem drum und dran. Nichtsdestotrotz, ich mag das einfach nicht, sowas über das Handy durchzuführen. Von daher, ich kann es auch immer nur jedem ans Herz legen, das Ganze über Desktop zu machen. Ja, diese Neuigkeit hat natürlich auch dann zu dem Pump geführt. Also das sieht gerade bei ADA sehr, sehr gut aus. Also das war ein sehr, sehr schöner Anstieg. In dem Fall also Glückwunsch auf jeden Fall an diejenigen, die hier das tief getroffen haben. Cardano, oder ADA besser gesagt, wollte ich natürlich auch noch nachkaufen, aber das habe ich eigentlich ganz hinten dran geschoben. Also wie in vorherigen Videos auch erwähnt. Aktuell fokussiere ich mich sowieso hauptsächlich auf dem Bitcoin, aber dann sollte auch erstmal Veracity, XRP, V-Chain und Quant dran kommen. Und wenn ich damit durch bin, wollte ich erst in ADA investieren. Ja, ist halt wie es ist, aber vielleicht kommt er auch nochmal runter. Also meine Preisprognose in dem Fall ist auch folgendes Szenario, was er hier halt schon mal gemacht hat, dass er hier ein Higher High gebildet hat und ein Lower Low. Das ist eigentlich immer das typische Beispiel für einen bullischen Aufbau und damit sind sie aktuell auch eigentlich so ziemlich der einzige Coin. Bei allen anderen ging es immer erst noch so ein bisschen tiefer oder auch noch seitwärts. Von daher, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Ich kann mir in dem Fall folgendes Szenario hier auch kurzfristig vorstellen, dass er tatsächlich dann jetzt nochmal bis 80 Cent durchzieht. Also, dass er die Bewegung fortführt, dann aber definitiv auch wieder korrigiert. Hier dann so ein bisschen rumdümpelt bei 60, vielleicht auch 50 Cent. Und dann sollten wir generell wieder einen Bullrun aktivieren, dass in dem Fall ADA dann auch ordentlich mitzieht. Und dann so eine Bewegung hier machen könnte, dass wir übergeordnet natürlich dann aus dem Level hier mal rauskommen. Ja, also aus dem Bereich hier und dann mal auch wieder den Bereich hier anlaufen Richtung 2 Dollar. Aber das dauert definitiv noch eine Weile. Das ist jetzt hier definitiv nicht. In den nächsten Wochen werden wir das sehen. Das glaube ich nicht. Also Richtung 2 Dollar kann ich mir wirklich erst vorstellen. Ja, so September, Oktober Richtung wieder. Ich denke, jetzt wird es immer noch eine sehr, sehr heikle, schwierige Marktphase. Die Welt, die Märkte müssen sich erstmal alle wieder beruhigen. Die Investoren, also noch ist der 4-Greed-Index einfach zu extrem. Und ja, klar, man soll immer gierig sein, wenn andere ängstlich sind. Das besorgt die größten Profite definitiv. Aber nichtsdestotrotz müssen natürlich alle im Markt mitspielen. Auch wenn die Wale den meisten Einfluss haben und den Preis bestimmen irgendwo. Ja, muss natürlich auch die Masse dann in dem Fall mitziehen. Ansonsten sehen wir vorerst keine steigenden Kurse. Und ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder steigende Kurse sehen. Aber das ist auf jeden Fall das Szenario, was ich mir vorstellen kann und auch am meisten wünschen würde, ehrlich gesagt. Also wenn er jetzt straight durchzieht, dann sehen wir auch einen genauso großen Absturz wieder relativ schnell. Weil, klar, alle, die hier eingestiegen sind in Marktphasen, die extrem ängstlich sind, die extrem schwierig sind. Da wird natürlich auch schnell Profite gezogen. Also wer hier eingestiegen ist und dann irgendwo hier auf 100% und mehr Profit hockt, der wird auch ganz schnell wieder verkaufen. Von daher, ja, das ist so mein Wunschszenario tatsächlich auch für ADA. Dass wir ruhig hier das beenden, dann wieder runterkommen und hier ein bisschen seitwärts laufen und dann weiterziehen. Also dann wäre es wirklich ein Traum von einem bullischen Aufbau. Gerade in einer solchen Marktphase, wo es eigentlich hauptsächlich jetzt bärisch läuft oder wir gegebenenfalls sogar an einen langwidrigen Bärenmarkt kommen könnten. Ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung und eine wünschenswerte Entwicklung. Und ja, das ist auf jeden Fall so meine Prognose für ADA. Ethereum sieht natürlich dann auch schon wieder besser aus. Aber wie eben erwähnt, haben die ebenfalls noch kein Higher High wirklich gebildet. Das Higher Lower, das Higher Lower hier auch nur ganz, ganz knapp um ein, zwei Pips vielleicht. Also, ja, von daher, Ethereum, dass das wieder bullisch aussieht, die müssen auch erstmal hier drüber und dann vielleicht wieder ein bisschen runterkommen. Also eigentlich so vom Prinzip her ungefähr die gleiche Bewegung machen. Aber vorher kann man da noch nicht wirklich viel sagen. Aber ansonsten, Ethereum, finde ich, ist einer der Coins, die sich generell eigentlich mit am besten gehalten haben. Also die noch nicht mal das bullische Level hier vom All-Time-High irgendwie gebrochen haben. In dem Fall sieht das noch sehr, sehr gut aus. Also Ethereum hat sich wirklich sehr, sehr stark gehalten. Sogar stärker prozentual als der Bitcoin. Das haben wir eigentlich sonst auch noch nicht gesehen. Sehr, sehr gut. Von daher, ja, kann das sehr, sehr gut weitergehen. Das sind definitiv bullische News hier mit dem Artikel und der Bridge für Ethereum und Cardano ADA. Und das war es in dem Fall hier auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr auch bullisch gestimmt für ADA und Ethereum? Gerade ADA in dieser Marktphase performt aktuell am besten. Das hat jetzt kein Coin so schnell hingelegt, zumindest nicht aus den Tops. Sehr, sehr schön anzusehen auf jeden Fall. Schreibt mir sehr gerne mal eure ADA und Ethereum-Prognose in die Kommentare. Ansonsten würde ich wie immer sagen, liked gerne das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. 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 бог. Untertitelung des ZDF, 2020